am schatten herz nicht mehr tragen da läuft würde ich sagen vor allem haben wir dafür gekriegt was wir bei dem hast du geguckt da war nix ich weiß was ich da machen soll nicht bei mir haben die geleuchtet ja bei mir auch aber hauptbuch des zollhauses wieder direkt eingesteckt kennt nach so nun regis sagt und richtig ok noch zwischen ebene geben ist das hier vor unten jetzt kann auch sein aber wenn warum kannst du die holz da ist die tür verspät mit schlüssel da liegt ein schrank vor irgendwie hier ist natürlich ich habe im außen eingang gefunden und da wieder keiner hoch außer karlach doch hier ist aber nix ja gut haben wir einen fight gehabt aber die hat ordentlich warum gegeben und passt ihr dein level ab ich würde sagen ich habe 9 ach komm jetzt ist das hier zu hoch oder was komm nicht hoch da kommst du nicht hoch ja hier in den komischen geheimraum komme ich rein aber ich komme hier nicht mehr hoch wo du jetzt stehst du kommst da nicht springen schwierig ich weiß ja dann ich bin noch irgendwas ist wobei hier geht ja noch gar nichts unter naja so ein sport du bist du direkt da hier sind auf jeden fall noch wege ob du kannst du da runter springen wir können ja auch keine rast machen ja dann kriegt 20 schaden ja gut sonst müssen wir die letzte kurze rast dann dafür aufwenden muss mich jetzt braucht das sind kämpfe doch nach meinem geschmack wolfer nichts passiert da wissen die mal wo sehen wir also das hier kenne ich auch noch nicht okay jetzt auf jeden fall eine eichentür aufzaubern habe ich nicht erkundet ich bin froh dass wir jetzt ein paar schnelle punkte haben da geht's rein du gewinnst bis zum und dann ist die erklärung auch schon wieder weg was ich bekomme dann jetzt irgendwie weiter hinter diesen dingern da wo es leuchtet darüber müsste es weitergehen wenn du mal auf die map guckst oder da ist halt wirklich einfach gar nichts und das ist nur dieser kleine raum hier meinst du da hinter ist ne hier oh ne hier aber vielleicht ist da auch einfach nichts aha das wirkt jetzt so als ob es hier nichts gibt das hier ist irgendwie auch nix einfach ein lagerraum ja das ist ja unspektakulär so dann eher jetzt nach links ich würde dann eher in den westen erstmal gucken ja ich glaube da kommen wir dann nämlich auch richtung mondturm und das buch ist ja da in die richtung und das buch ist ja da in die richtung gold sich im mond brennerei ich würde sagen erstmal nach rechts da liegen auf jeden fall so hier liegen leute hier ist der turm hier geht es zum turm soll mit des mondaufgangs wenn wir da weiter gehen da geht es hin war was nein ja gut hier ist jetzt mal wieder gibt es nur noch die schnaps brennerei saufen mit dem kannst du reden mit dem versorgten schausteller was habe ich gemacht stand nicht mal bei dem bier holen ach du scheiße so schätzchen mittlerweile haben wir sie alle oder nicht oh sammlung ist voll ah ne kathric fehlt noch kathric? ja aber das ist ja der haupttyp oder nicht ja was bei den neuen Hüllen seid ihr cool ich baller mir das rein ja nie deine haut hält auch nicht mehr lange oder? ne oh das schaffe ich sogar ja das könnte ich schaffen cool cool aber der ist leer reicht ja mobile zapfanlage praktisch und wort das gedanken schon das erlebte ich die höllen persönlich man kann ihm seine story erzählen können wir das aber mit würfeln das war aber knapp geschafft easy aber er antwortet ja gar nicht so gut kennen wir uns noch nicht grad war es 14 oder? mhm naja fast jetzt aber karlach tanz da hinten ist ja ne party oder nicht mhm schwitz ja der fordert aber ganz schön viel ne ich glaub ein bisschen muss noch trinken ja der will nur bestimmte sachen wissen äh geflügelte teufelchen ja los hm das kann man erzählen oder? mit der mit dem laba dude mit dem laba dude ich glaub das oder das würd ich glaub ich nehmen ich würd die 5 glaub ich nehmen da mach die 5 ey das ist so lächerlich ab zwar einmal kann ich noch neu würfeln aber wie das ist so wie das ist so das ist so äh das ist so pas das ist so das ist so es ist so Ich würde eigentlich gerne wissen, wie er so geworden ist, aber... Ja, dann frag ihn das doch. Das ist nicht zielführend. Aber die Fragen, die du jetzt bis jetzt gesagt hast, haben uns auch nicht weitergebracht. Ja, der beantwortet ja auch nichts. Dann frag ihn das jetzt mal. Nee, ich glaube, du musst trinken, ist der Böse. Denke ich. Er sagt ja eine Frage und dann wieder trinken. Ist ja sonst so ein charmanter Typ. Zehn. Geschafft. Ah, der weggebege hat, der drogelbege hat. Ich bin der Visser. Weil... Digga, den gibt's schon nicht mehr. Isobald. ich habe keine ahnung dass du da stehst bin decken gegangen offensichtlich ist er geplant 520 ep für saufen geil oder kannst du noch platzen ein bisschen gold obwohl die alkohol kannst du mal nehmen man kann um den langen rast nur mit alkohol machen wenn er betrunken ist er denn hier aber wir brauchen glaube ich gar nicht mehr für die frau ne ich glaube 800 also hier ist das buch irgendwo nach scheiß ich bin überladen ist gar nicht oben also ich dann oben war als der punkt nach unten gewandert ist ja irgendwo ich hier der buch was suchen wir nochmal für ein buch absolut keine ahnung irgendwo ja nix gesagt da sind lose planken noch ich wollte sagen ja hier ist es perfekt ich schicke es dir mal wenn wir hier wir kommen hier links kommen wir noch raus da müssen wir noch mal eine schnelle reise zu dem tut da machen also ich den punkt wo wir hin müssen ist schatten schlachtfeld auch hier ist die oh ich habe eine sequenz habe im buch geöffnet schlacht research notes they describe a powerful venom extracted from a rare purple worm distiller visible thorn sought to create a fatal poison using the worms gullet he procured several parts of a worm gullet but rinsed one in error the poison he brewed was noxious but not fatal visible devoted months to formulating a deadly poison with the remaining in group after exhaustive experimentation he was able to make a near deadly extract from the glands but to complete his poison visible required one last ingredient gnom sperma of a corpse rose yeah index reveals corpse roses may grow near tombs mausoleons and particularly redolent cadavers visible enlisted a courier from boulder's gate to obtain corpse rose petals and other ingredients and deliver them to a covert location unfortunately a deep purple stain darkens the final page obscuring the parcel's destination ja kacke mit zwar speichern ich könnte noch zweimal okay nice man oh oh good your mind separates the black from the blue revealing the stashes location you mark your map as a reminder with the corpse rose petals the package contains you might create visible purple worm poison da oben gar nicht so weit von hier wir können ein werkzeug haben ja ich glaube dass das hab ja nicht gedacht dass ich dem austauschen muss aber ich glaube karlach ist aktuell tatsächlich bessere wahl die macht zumindest der mensch wenn die nicht ausweichen dann haut ihr auf jeden fall drauf da kein umweg gelaufen warum wollten wir noch gehen können weiß ich nicht habe einfach dahin geklickt erst woanders lieferverzeichnis das nur lieferverzeichnis tun ja und ressourcen ich denke mal ach so dann werden wir mit dabei sein da willst du so ein gift haben ich brauchst jetzt nicht aber es ist eine quest egal also ich brauche es jetzt nicht unbedingt sollen wir uns dann ist darüber porten zudem ja würde ich sagen ich glaube dann haben wir ja auch eigentlich so die nebenmission ich denke ich denke ich denke ich wäre da mit dem reden oder sich voran kannst du machen das buch gelesen wenn man kurz reingeguckt hat da irgendwer drin wer es ist ach so ich habe nur überflogen willst du noch mal reingucken was war denn das für ein buch madelene hauptbuch auf dem kopf jeder seite stehen die worte dahinten der dunklen justiziarin mit tasche ließ es ein auszug aus der letzten seite tag 15 morgens shimon nowak hat behauptet kesswick würde die türme des mondaufgangs so nicht lange halten können tag 18 abends imani atakni hat sich beschwert dass die thorms die bequemsten arbeiten kriegen würden tag 22 nacht mark jacobs benjamin blanchett haben witze über die thorms gerissen besonders über herrn kathric er sei ein miese peter und jammernder sack haben spekuliert worauf seine frau gestanden wäre ich weiß mark und bens worte waren einfach fürchterlich herrin natasha aber sie sind mit meine besten freunde und ich habe sie noch nie so reden gehört sie sind verärgert weil ihr lohn gekürzt wird und war nur mitternacht betrunkener als ich sie je erlebt habe ich weiß sieht übel aus aber hand aufs herz ihr habt noch nie niemanden gekannt ihr habt noch nie niemanden gekannt der unserer dame so ergeben war wie diese beiden burschen das schwöre ich darunter steht eine andere elegantere schrift unsere herrin des verlusts wäre stolz auf euch madelene macht euch keine sorgen wegen mark und benjamin ich werde mich mit euren zwei burschen einfach einmal unterhalten versprochen und denke ich mal hat sie sie verraten ja keine ahnung soll es ihm geben oder darauf ist einfach warum nicht sie ist ja schon tot versprochen Oh ja, das ist der Liga, der Liga. Oh ja, das ist der Liga, der Liga. Oh ja, das ist der Liga, der Liga. Oh ja, das ist der Liga. Oh ja, das ist der Liga. Oh. 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 Oh.